Es gab verschiedene gute Gründe für den Niedergang der Hanfindustrie, aber heute gibt es eigentlich nur noch einen plausiblen Grund. Die althergebrachten Geschäftsinteressen der heutigen Industrien. Sie wollen kein Hanfrevival, weil sie den Wettbewerb mit dem Ökoprodukt scheuen. Synthetikhersteller und Benutzer von nicht erneuerbaren Energien können in so einem Wettbewerb gar nicht mithalten. Einige meinen, dass es vor allem kommerzielle Interessen waren, die zusammen mit der allgemeinen Angst vor Drogen zum Verbot der Pflanze führten. Nach jahrelang rückläufiger Produktion hatte die Cannabisindustrie Mitte der 30er Jahre mit neun effektiveren Maschinen zu einem Hanf-Comeback angesetzt. Die Zeitschrift Popular Mechanics prophezeite dem Hanf eine große Zukunft als Milliarden-Dollar-Kraut, als Basis für tausende von Arbeitsplätzen und eine breite Produktpalette von Dynamit bis Plastik. Wir wissen, dass eine Maschine erfunden wurde, die für den Hanf genauso revolutionär war wie die Entkörnungsmaschine für die Baumwolle. Als die erfunden war, wurde die Baumwolle von der teuersten Faser der Welt, die nur Reiche trugen, zur billigsten Faser, die heute jeder trägt. Wenn nun diese umwerfende Maschine gerade erfunden war, warum wurde Hanf dann zwei Monate später verboten? Stellt sich doch die Frage, ob es da einen Zusammenhang gibt. Manche sehen da eine klare Verbindung. Zu dieser Zeit machte der Chemie-Gigant Dupont das große Geschäft mit Chemikalien zur Papierherstellung aus Holz. Außerdem investierte er kräftig in die Perfektionierung von Synthetikfasern, die Naturfasern in Textil- und Seilwerkindustrie völlig ersetzen sollten. Eine wiederauferstandene Hanfindustrie hätte die erwarteten Gewinne erheblich geschmälert. Dupont kam mit Nylon heraus und Nylon wurde eine große Sache. Sie haben alles daraus hergestellt. Verkauft haben sie es als synthetischen Hanf und den gab es nur bei Dupont. Sie hatten das Weltmonopol für den Stoff und die Welt liebte Nylon. Schaut euch das an Mädels, Nylon. Tausende Spulen Nylon-Garn und sie werden alle zu Strümpfen. Die Stricknadeln rasen Tag und Nacht. Gentlemen, habt ihr jemals ein schöneres Lächeln gesehen? Dupont hätte sein Marktmonopol niemals halten können, ohne den Bankier der Firma, Andrew Mellon. Nebenbei Besitzer der fünftgrößten Bank Amerikas. Er hat Dupont nicht nur Millionen Dollar geliehen, er war auch Chef des US-Finanzministeriums. In dieser Funktion ernannte er den Mann zum Chef der Bundesbetäubungsmittelbehörde, der den härtesten Feldzug gegen Hanf führte, Harry Enslinger. Rein zufällig war Mellon nicht nur Enslingers Boss, sondern auch ein Verwandter, weil Enslinger seine Nichte geheiratet hatte. Dieses auffällige Zusammenspiel der Interessen bietet Stoff für interessante Spekulationen. Dupont, Harry Enslinger und Andrew Mellon. Ich kann diese Leute regelrecht hören, wie sie sagen, Mensch, lasst uns Gesetze gegen Marihuana machen. Ich meine, wenn die nicht gewusst haben, wer ihr Hauptkonkurrent ist und wer garantiert keine Dupont-Chemikalien kaufen würde, dann wären sie ziemlich beschränkt gewesen. So blöd, dass sie eine absolute Blamage auf jeder Vorstandssitzung gewesen wären. Also haben sie die Konkurrenz ausgeschaltet. Und das war der Hanf. Die Überzeugung, dass hinter dem Hanfverbot vor allem kommerzielle Interessen standen, stützt sich auch auf einen weiteren Sinneswandel in der US-Regierung fünf Jahre später. Während des Zweiten Weltkriegs, als die Nylonindustrie noch in den Kinderschuhen steckte, beklagte Amerika plötzlich einen akuten Mangel an Tauwerk. Und die Regierung rief Farmer lautstark zum Anbau des gerade erst dämonisierten Hanfs auf. Hanf für Tauwerk, Hanf für Takelage, Hanf als Schuhbänder für Millionen amerikanische Soldatenstiefel. Hanf für unsere Fallschirmspringer, Hanf für den Sieg. Hanf für die Sieg. Bei Kriegsende wurde Hanf nicht mehr gebraucht. Jetzt wurde dem Militär der Kampf gegen seinen bisherigen Alliierten befohlen. Marihuana ist ein Unkraut und verbreitet sich wie Brennnessel, wenn es einmal keimt. Aber die Truppe mit den Flammenwerfern hat die Situation voll im Griff. Mit solchen Aktionen begann der heutige Krieg gegen Marihuana. Harry Enslinger hat den Biss in die Vereinten Nationen hineingeschürt. Als amerikanischer Repräsentant im UN-Drogenkomitee berief er reinweise Tagungen zum weltweiten Verbot der Pflanze ein. In den USA bekommt kaum jemand Unterstützung von der Regierung, der keinen Plan zur Ausrottung von Hanf hat. Nehmen wir das Beispiel Bangladesch. Bang heißt übersetzt Marihuana. Bangladesch heißt Marihuanaland-Bewohner. Und wir sind da unter einem politischen Vorwand hin und haben sämtliche Hanffelder niedergemacht. Alles, was diese Hügel zusammengehalten hat. Und plötzlich wurde das ganze Land überflutet. Das ist doch Wahnsinn. Rassenmord an einer Pflanze. Das Verbot hat Marihuana per Gramm teurer als Gold gemacht. Weltweit ist es das Multimilliarden-Dollar-Kraut für kriminelle Imperien geworden. Die ganze Szene wäre überglücklich, wenn wir THC-freien Hanf und Marihuana als zwei verschiedene Sachen sehen könnten. Aber die amerikanische Regierung sieht nicht ein, dass man diese Pflanze ohne Drogengehalt anbauen kann. Da können wir Papier und Kleidung aus Hanf machen. Die Farmer können gutes Geld machen. Wir können eine ganze Industrie um den Hanf herum haben ohne jedes THC. Ohne einen einzigen Joint. Aber sie erlauben uns diese Unterscheidung nicht. Und deshalb ist für mich offensichtlich, dass THC nur ein Vorwand ist. In Wahrheit geht es um den Hanf. Wir haben noch keine einzige Antwort auf das Waldsterben. Keine einzige Alternative zum weltweiten Kahlschlag. Eine Gruppe sagt, hört auf Bäume zu fällen. Die andere sagt, fällen wir sie alle. Dabei ist es doch ganz einfach. Baum ist Faser, Hanf ist Faser und Hanf ist die viel bessere Faser. Also wenn Hanfprodukte wie Papier, Faser und Ethanol vernünftig vermarktet werden, dann sehe ich Cannabis klar als das Milliarden Dollar Kraut für die Jahrtausendwende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017